Herzlich Willkommen zurück zu seiner Folge Minecraft Megacraft und ja gerade wird einstersten müssen gelegt Juhu so ich und ich darf mir seine beiden Turtelinen ausleihen merkt ihr mal, merkt ihr mal DIA DIA LOL DIA aus Diamant Aha, ich hab einen aus Saphir, hast du einen aus Saphir gebaut oder aus Diamant? Äh Crowne bein Ist dir egal, dann kriegst du einfach die aus grünen Saphir wieder, weil die Seelen siehst du eh nicht Damit komm ich mein OO Äh, ich wollte jetzt erstmal im Farmen gehen, okay? Weil wir haben, ähm, ich kann das ja mal im Zeigen gehen Habe ich einen Pulverweißer? Ah, ich hab einen Messerwetter noch genug Sand Ja, ich weiß, hab ich gesehen vorhin Also, ich nicht wundern, hier laufen ein paar Generatoren Das ist Notstrom Wir hatten vorhin Ähm, 29k Circa Und ich hab 19k Kohle gemacht Aus U-Meta Damit das auch über Also, dass es jetzt auch 24 Stunden laufen kann Und ja Hier hab ich mir einen Prozessor mit Autocrafting gebaut Ich wollte jetzt mal eben Ich hau ab aus der Stadt Jo, ich bin jetzt auch weg So, äh, Marble, guck mal Pli, jetzt bin ich weg Mit deinem Teleportationskünchen So, ich geh in die Wüste, da find ich hoffentlich Sand Mach das doch mit der Turtle Mit der Turteline Ne, ich mach das mit der Shovel Die Turtle arbeiten mit zu nahm Ähm, Tane Sie werden es um die Sand auszubohren Einhundert Ey, geil Hab einen Brunnen gefunden Da muss doch noch näher irgendein Dorf sein Äh, was für einen Brunnen Das Hier ist auch ein Ruinsmod drauf Mit den Fallen Mal gucken, was Können wir gleich gucken Ich hole mir schnell ein bisschen Sand Nächstes Mal nehme ich einen Tierschaufel Jetzt geht's schneller Jo Oder Mining Laser Den baue ich mir auf jeden Fall noch Der zieht aber auch ordentlich Strom Ey, ich weiß, aber ich hab ja unendlich Noch ein Ja, ja Noch Ich hab's noch nicht Ich baue mir einfach ein Stromspeichergerät Und zwar Ich baue mir eine MF FSU MFSU? Warum? Hast du richtig gesagt? Dann kann ich die immer aufladen lassen Dann Dinge reintun Das ist so fassvoll Äh, ich kann auch deine MFSU umlegen, wenn du willst Dass ich direkt in der Haus Also eine Wand dran hab Ja Wäre natürlich auch nicht schlecht Was mach ich eigentlich, ich spacken Ich hab doch Sand Und ich hab wieder ein paar Shards gefunden Ich muss hier hin Klär bauen Und nicht wie es zu dumm ich grad bin Sand Ich schaufel wasch damit schrotten Jo, das Problem hab ich grad nicht Ich hab auf jeden Fall eine Menge Schüssel Jo, ich muss jetzt hier ein bisschen beibleiben, weil ich hab Kein Shunk-Loader Rogen was mit um die 100 So Und eine Zahn-Ton-Erklärung aus dem Zwischen-Rombardi Ah, wie das teilweise auch Eine Frage könnte Ich weiß, was mir grad auffällt Also das ist jetzt Ist man hinter der Kulärtsch? Nö, davon hatte ich keine Ahnung Aber der Summer-Lag kriegt grad irgendwie Mal wieder Mö, nö, nö Weißt du, ist mir bei den Turtles erst aufgefallen grad Ich kann doch manchmal schnell das Dach nicht abbauen Oder ich kann Warte, ein Shunk-Loader, der ist ja für die Stadt Warte Oder kann ich mir ein Shunk-Loader bauen? Den kannst du bauen Oh, schon eine Enderperle Jeder kriegt einen Shunk-Loader Echt jetzt? Ich brauch nicht mehr einen Ich schon Wissen kam ich jetzt auf die Idee Bei dem braucht man nämlich so leicht So Weil jetzt ist hier Ich hab mir leckert schnaufen Oh fuck, war ist das klug, wer? Difficulty runter machen Ah Ich hab mir den Ding neben den Daumen Ich hab mir grad beim jetzt auch noch ein Programm Wieder ganz kurz unterbrochen Ich hoffe mal schaust drauf Ja, das wäre sonst auch Die Hände ist scheiße Das wäre richtig scheiße sonst für dich Ah, wo haben wir denn, Sascha? Kannst du dir vorstellen, dass das ja als kleiner Regelverstoß gelten würde Wenn das Programm auf einmal abbricht Ja, war bei Camtasia doch auch so Bei mir ist der Vorteil, bei mir läuft das ja ununterbrochen Und sonst wenn das abbricht Der speichert es ja trotzdem Und das würde ich ja sehen oben in der Ecke Ah, und das muss doch wieder einen Krach machen Ah, und das muss doch wieder einen Krach machen Ah, so und all davon Es braucht trotzdem noch Kohle Oder Holz Ach so, ich hab keine elektrische Ich bin behindert Elektro Dafür brauchst du sich Incircuit noch Also Ahl Er ist leichts mehr Also ich kann jetzt hier die erstmal laufen lassen Stückchen Und dann kann ich wieder nach Hause So 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 Boah Ich hab keinen Ich hab mich noch jemandlaus Ich hab dich noch nicht gebraucht просpekt Immer Ich brauch die immer Ja Juhi Ich hab dich gern Ach du Scheiße was du denn alles ist Statt ein E-System mit haben ja ich habe es noch gespendet durch gesehen nur den Kabel dürfen nicht rausholen so ist es nicht unnötigerweise weil er ist ja extrem zu dem System und wenn er bestimmte Anzahl drin ist dass das Auto rausgezogen wird so Lull warte ich die Connection noch mal kurz End of Streaming Jo okay ich weiß warum bei mir hat die Chance gar nicht mehr geladen laden die jetzt ja immer noch nicht ach doch jetzt langsam also ich weiß nicht warum das gerade so läppig schlatsch ich lade gerade zwei Berndessen hoch äh lol ich hab äh nicht wo ich bekomme gerade deine Sachen so leicht was machst du Samstag alles ein hä ich fliege hier nur rum guck mal Bau ab oh meins ich bin hier ein Abbauproblem jetzt liegt er am Server aber hier ist keine Spawn Protection mehr drauf ich kann Blätter nicht abbauen nur ein paar andere Blöcke nicht hast du dann was ich kann sie sofort gehen ein Zeug und er praktiziert hier und wie die beiden gewagt also ich darf nicht nur an mir gerade hier da sind einmal deine Sachen er war mir gleich mal eine Spalte erkunden gehen wieder ähm ich wollte eigentlich ein Dingsl Dings bauen Dings und Dings was für ein Dings stimmt wir hatten einen Eisentanker noch so weiter ja weil ach genau du brauchst Eisen hattest du ja gesagt ich hab gerade bemerkt ich hab noch hier 80 Stück ich hab noch 130 weil ich den Rest schon komplett verbraucht hab aber ich kann ja noch dann tue ich das mal hier bis zu Platten verarbeiten ich brauch hier ein paar ja ich brauch wirklich ein paar kann die Rollingmaschine nicht stecken keine Ahnung keine Ahnung ach und die saugt mal wieder schön am Strom die Maschine woher weißt du das? weil die MJ-Anzeige die ganze wieder auf null runter geht ich hab ja gesagt das Ding saugt ordentlich ja ich kann mal eben gucken wie viel Strom du lass mal an ich guck mal wie viel Strom du verbrauchst ich habe bisher nur ein ähm Elektronik äh hey lol du hast unendlich Strom doch schon glaub ich könnte auch sein ich hab ja bisher ein Elektronik Engine hingestellt lol du hast wirklich schon unendlich Strom aber du hast richtig verbraucht ist draußen Nacht oder warum produziert der hier nix mehr Rad das Ding zieht wie noch was wie das zieht nein aber du bekommst auch irgendwie grad kein Strom nach ah ich weiß warum du kein Strom nach kriegst glaub ich das Kabel nicht verbunden hast ne du bist generell ich hab vorhin vergessen ein Glasfaser Kabel noch hinzusetzen der zu dir dann zurückgeht weil ich hab ja hier was umgesetzt mit dem Glasfaser ach so da hab ich vergessen dass du ja noch Strom brauchst äh brauche ich auch gar nicht ist das so unwichtig aber auf jeden Fall habe ich dann noch einen Tank wenn ich den Dingsen den Ofen gebaut hab den Dingsen? Dingsen so und ich hol mir mal im Stack Glasfaser Kabel damit ich das nochmal eben ordentlich hinlegen kann das Kabel müssen die draußen alle so Krach machen und wollen die mich jetzt alle verarschen die wollen die Ratschen fragen was da bei der Loss ist dann kommt der nächste Spaß vorbei ich hätte sie grad fast und ich holte was in die Luft gejagt so nachher fährt noch ein Panzer durch dann kommt noch ein Helikopter vorbei geflogen gleich kommt dann alle Stasi nachher tun die noch die Granaten testen in was für einen Puff lebst du denn? ich darf ich nicht sagen würdest du ihn ausschmelzen? auf jeden Fall nicht einen Bombentest lager von Europa ja das was ich gerade überlege ich man kann ja Autocrafting machen ich bin ja zu faul immer Fackeln zu machen ich finde die Iron Tank Gläse das hier nicht schlecht aus wenn man mal so eine kleine Scheibe bauen will weil ich sehe ich jetzt mal eben ein paar Rezepte an so und ich hol mir schon mal ein so bin fast versichend mit Iron Tank der so iso herrscht denn braucht halt ne Menge Zeug gehen wir dann gleich äh farm ich werd hier bleiben weil ich noch ne richtige Menge bauen muss so dann brauche ich noch den Iron Tank Valoe da brauche ich noch Iron Bars die brauchen noch mehr Iron mein Upload ist gleich auch fertig alter ich hab 16 Spitzhacken aus Eisen so müssen die Iron Bars nochmal hin so und dann soll ich noch holen genau bei 20 ich muss irgendwo bei 30 gucken war das genau da brauche ich einen Lever habe ich noch so ein Lever und dann habe ich nicht dann brauche ich einen Stick und ein Kobbelglas glaube oder ein Normalstein keine Ahnung ging aber mit Normalstein so ich lege mir jetzt mal eben für Spitzhacken und so Rezepte an aber ich stell dir vor ich baue so einen großen Tank weil ich wie viel Eisen ich da baue brauche ich baue so einen kleinen Tank weil das reicht für Raycraft so der der Tank hat jetzt äh kann jetzt 576.000 gefüllt werden da ist nicht mal ne Anzeige was das genau ist ich weiß nicht genau ob das Blöcke sind oder das stimmt nicht so genau dann muss ich jetzt ich gehe mal eben wieder zu meiner Query die Ofenblöcke bauen ich hoffe ich lege das ist gerade richtig zu meiner Query zu meinen ach du scheiße haben die schon weit gegraben kann ich so rein also 3 das ist wirklich extrem oh ich habe Hunger deswegen kann ich nicht mehr sprinten ich habe mir mal 10 Stück O Coke Oven Alter ich gehe hier hinten hin also wo meine Turtles gerade arbeiten und mir fliegen richtig viele Facken geradezu oh shit deswegen brauchen wir wohl über 100 Sand warum jetzt sage ich es so teuer wenn man jetzt hier in Sand und Bricks rechnet es braucht über 100 Sand und die Bricks sind alle brauchst du noch was ich muss noch Bricks und Sand nochmal holen und ich habe nämlich im Ofen so da braucht es der einzelne Block braucht ähm ne ne doch 1 2 3 4 5 Sand und 1 2 3 4 Bricks ich habe ja noch Bricks hier in der Herstellung Sand da muss ich dann wieder Korbel in dem Messerator tun so 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 vor allen Dingen ich bin also ich kann gleich erstmal schön unser ähm System wieder ein bisschen ankurbeln baue ich die Circuit also und dann haben Alter mein erster Rucksack ist komplett voll schon dann wäre die Technik bei mir jetzt schon nicht mehr kapiert dann muss man anfangen angucken so dann weil ich wechsle gerade ständig zwischen mehreren Mod Packs wie zwischen Mod Packs äh die ganze Railcraft und dann wieder Furnage ähm das sind auch keine Mod Packs dann in dem Fall das sind nur Mods ja Mods ja Mod Packs ist das ganze Teil wo wir spielen eben deswegen habe ich mich gefragt was machst du für ein Kack äh ich wechsle mit den Mod Packs so halbisschen Electric Furnage so muss ich kein Holz mehr nachlegen also ich kann gleich ein bisschen Kabel ins System tun so was war denn davon heute drin soll ich mal was sagen ich hab gleich meine kompletten Rucksäcke ich hab meine kompletten Rucksäcke voll so ich verbrauch jetzt noch mehr Strom ey ich hab meinen kompletten Rucksack voll und ich verbrauch immer noch mehr Strom so guck mal ich hab meinen kompletten Rucksack voll mit allein äh mit hier Dings nur Koppel? ja den kannst du ja schon portal dann kommst du zurück mach ich ja grad ich kann ja mich port so ich brauche jetzt noch neun Stück von den Blöcken Porten das ist wirklich heftig ich tu das jetzt in Stadtme System guck mal in Stadtme System gleich äh lass schon ein bisschen was drin das sind schon über 1000 Stück so dann brauchen wir da Pricks ich hab hier überall also mehrere Inventare voll mit Kabel ich hab nochmal zwei Stück hergestellt ich muss glaube ich nochmal Clay holen dann schlank mir das nicht ich kann hier falls du was brauchst gleich vielleicht was holen ja ich mach's aber schnell ich eh nicht weil weg der Fluss ach so ich muss ja jetzt schon gleich äh 2000 über 2000 Kabel im System Ui und das nur aus ein paar Turtlinos schade dass man keine Schaufel aus den Feind Iron bauen kann die mehr aushält nicht guck mal der Pumpgrat über 3000 Stück ab und die muss der Einzelne abpumpen noch so ein bisschen mehr ich bin jetzt zu voll jedes Mal nicht so zu Porten jetzt mach ich mir einfach da Porte kann ein Portal da muss ich mich ja nicht auch schon wieder vorbeifahren die wollen mich doch halt alle nerven hab warum nur dich achso fuck ich hab wieder essen vergessen hast du zufällig was zu essen äh zwei Steaks fuck fuck ach man machte sowas hin bis zwei ich fack im Boden fest gleich werde ich gekickt machte sowas hin bis 240 Glück entfand Ben ja ach man es muss ich noch weiter fliegen ich finde ich mehr oder wo Klee so hier wie ich es so zu uns ist wie schon gesagt Regeln sind Regeln da muss selbst immer dran halten ah um das war so gut wenn du sagst ich bin gerade über Lava vorherschen gesprungen und wer fast dran verreckt werden der Peck nicht anhatte ja wenn ich hab das gar nicht erst an welches kurz auszuladen ah war das dumm oder dumm so dumm ich bin bald zu hause und man muss nach sich für den Bau um den Baum kümmern um der Wechsel immer noch voller auf mein Grundstück du wirst nachmachen aber ich darf sie abbauen dass sie die Blätter haben mit der Hand weil sie auf mein Grundstück da kümmere ich mich werden drum bitte bevor ihr euch danach nutzt Todesstreit wieder okay ja tschu um noch mehr von diesem Klee rein aus dem Rahmen aber ich glaube schon genug weil ich meine ich habe auch ein bisschen ich bin auch immer hier am Sammeln fleißig dank Tört Linus ja ist das Schlimme ich hatte Linus Sach äh nö gut ich finde das 1,2,3,4 dann habe ich das Teil fertig wann baust du das Atomkraftwerk? was ist denn das wir wollten dass wir die Stadt bauen ja eben ich habe keine Ahnung wie man das nun mal sicher baut ich schon ich habe schon sowas gebaut kann man mit irgendwie mit Dingsons mit es gibt da so ach nicht obsidieren da gibt es auf dem Fall einen bestimmten Stein für mit Lapis kann man es sicher machen sonst was nicht explodiert mit Lapis? ja kann man da gibt es ein System da kann man Lapis mit reinleiten dann gibt es nur so einen das nicht überhitzt also in 1,2 gab es da auch bestimmte Steine für also in äh Skyblock Ticket Classic so und da setze ich mal wieder ach ein paar Tört Linus an nehm ich gleich mal Kohle mit Kohle kann ich dir auch noch geben meine verbrauchen ja nur circa ein Stack pro reihe der Oren braucht es wirklich ewig um das Zeig herzustellen ach jetzt sind die doch ein Tiefersetz müssen scheiße warte mal muss gucken ja und da ich bin grad Skyblock oder du bist noch da? ja ich bin noch da weißt du wie immer Bee-Wax also Bee-Wax 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 oder was? ja Bee-Wax herstellt da brauch man es da brauch man es ja dann brauch man Carpentern da muss man eh scheiß Drecks Dinger suchen alles brauchen wir für Waterproof Pipes ich hab doch keine Ahnung wer bin ich denn verschenkt die Stadt Cosmos Bienchen hm ich glaub nicht vor allem der Admin sagt ich glaub nicht ich weißt du wie Feli das grad kam sehr hm müsste mir das peinlich sein verlaucht so bei mir wird kräftig heftig das Öl hergestellt bei mir wird grad kräftig geackert dann ist hier mein im Tank bisher muss ich es mit Eim und halt umfüllen das Zeug bis ich Bienchen hab ein da hab ich einen mal gucken das braucht ziemlich lange bis das kommt kann man auch nicht schneller machen so ein Ofen außer man baut mehr aber das wird dann natürlich ziemlich teuer was für Ofen Electric Coke Ofen der ist 3x3x3 groß so keine Ahnung ich weiß Electric Furnace hätte ich den Overclock angeben können der der tut Kohle zu schmelzen ja ich kenn die Dinger so dann hab ich hier noch mehr ich muss mich mal eben ein bisschen wieder entleeren die haben mich wieder ein bisschen Kabel eingesammelt und ein bisschen ist gut ich hab gleich das komplette MI-System wieder voll wie viel guck mal unser Stadt MI-System kommt nicht mal mehr hinterher weil ich so viel da raussaugen lassen muss ich bau mir glaub später nochmal einen da muss ich dann noch mehr Clay holen der 2 ist nämlich besser und wir haben ein wie lang machen wir? äh 18 Cold Coke und Reus Rute Oil gut da würde ich sagen mache ich für diese Folge ähm mal eben noch unten was fertig damit ich ähm so das brauchst du es noch eine Füllung dann bekommt mein ersten Bucket meinen ersten Buckel Bucket 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 eigentlich auf Englisch ja ich weiß ich spreche mir das scheiße aus ich weiß Lamm füllt er nämlich gleich ab so was ist wirklich gleich ab will ich so Cold Coke muss ich gleich mal erst mal gucken ok bringt mehr wie Kohle viel effektiver ich such mal mein System darf ich jetzt mal ja kann heißt auf Deutsch Koks ich weiß nicht ich weiß davon sprichst du es bin voll geil Koks ich brauche noch ein bisschen Koks ich hab dann eine Menge Koks in meinem Keller ja da kann ich dir doch was abgeben lol und sein E-System kommt gleich nicht mehr hinterher so dann brauche ich nochmal eine Lüchte um es der Zeit zu bauen aber die Zeit ist ja eh schon wir haben schon 18k also wir können gleich Dingsn wohl wir machen gleich die nächste Folge jo ich mach nochmal einen Tag und das ganze nochmal ein bisschen ne Fischenzieher also weil ich glaub hab der meine ersten Eiermischen schon gefüllt hat gut dann würde ich sagen machen wir hier nen Cut und ich wollte mir instant weiter das Aufnehmen oder Folge beenden und neue Anfangen erstmal Folge beenden dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und Tschau